Die Gastronomische Totski-Akademie, sie ist ein Tempel erlesenster Kochkunst, die einen weltberühmten Koch nach dem anderen hervorbringt. Wie Herbstauslese, bei der Totski-Schüler aus den ersten Oberschulklassen gegeneinander antreten, nähert sich nun ihrem Höhepunkt. Alle Schüler, die die Vorrunde überstanden haben, sehen nun ihrer nächsten Schlacht entgegen. Nach erfolgreicher Beendigung der Vorrunde beginnen wir nun endlich mit dem ersten Kampf der lang erwarteten Hauptrunde der Herbstauslese. Jetzt komm, tu nicht so. Wir machen ein Schokugeki. Ein Schokugeki mitten in der laufenden Herbstauslese? Geht denn sowas überhaupt? Es wird ein Wettstreit zwischen unseren Vorstellungskräften werden. Fangt an zu Katrin! Alles, was ich durch meinen Sieg heute gegen dich gewinne, werde ich mir in Fleisch und Blut übergehen lassen und davon profitieren. Also gut, verkosten wir es. Der Rektor hat den Pinsel genommen. Wer ist der Sieger? Wer von beiden ist es? Gut, wenn ich verliere, hänge ich den Job als Koch an den Nagel. Ich werde nie mehr kochen.